Stell dir vor, ihr seid mit dem Auto auf der Autobahn plötzlich das. Kein Gas mehr. Das Auto fährt einfach nicht mehr weiter und rollt auch nicht großartig weiter. Ihr müsst also stehen bleiben, da wo ihr steht, rausspringen auf den Mittelstreifen. Und dann, ja, dann kommt das, was sich niemand wünscht. Jemand kracht rein in das Auto. So passiert beim YouTuber Chabo. Er ist tatsächlich nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, aber er und seine Fans haben uns aufgerufen, den Sachverhalt mal zu beurteilen. Wer ist denn schuld an so einer Situation? Wir schauen uns den Unfall an, denn er hat das Ganze gefilmt, beziehungsweise hat Sequenzen aus diesem Unfall und gucken auch rechtlich, wo hier die Schuldfrage liegt, denn er ist einerseits stehen geblieben, mitten auf der Autobahn, konnte aber ja nicht mehr weiterfahren und jemand anderes ist ihm reingefahren. Was da ganz genau passiert ist, wer hier wie davon gekommen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Ja, und wenn ihr rechtliche Fragen auch rund ums Verkehrsrecht geklärt haben wollt, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Wir haben alle möglichen Alltagsfragen mit für euch im Programm. 379.000 YouTube-Abonnenten, 51.000 Follower auf Instagram. Man kann nicht gerade behaupten, dass Chabo, der mit bürgerlichem Namen Arnel Chehajic heißt, ein Unbekannter ist. Er hat Videos rund um das Thema Auto, damit bespaßt er seine treue Community. Mal testet er Autos, mal zerstört er sie, mal wünscht er seinen Zuschauern einen angenehmen Furz. Und seine lustigen Videos, die haben schon über 65 Millionen Aufrufe erzielt. Doch eines seiner letzten Videos, das ist ganz und gar nicht lustig, denn da bleibt er mitten auf der Autobahn mit seinem Auto liegen und kommt leider Gottes nur mit einem blauen Auge davon. Oder dann hat er Glück gehabt, er kam mit einem blauen Auge davon, aber es kommt leider Gottes zu einem Unfall. Und er ist ziemlich schockiert davon gewesen. Es haben uns seine Fans gebeten, das Ganze doch mal aufzuklären und uns anzuschauen. Das wollen wir jetzt gerne tun. Wir schauen jetzt rein in Chabos Video und gucken einmal, was da passiert ist. Er hat das nämlich ziemlich genau geschildert. Also er sagt, hier hat er einen schweren Unfall. Einen sehr, sehr unschönen Unfall. Mir ist das Auto während der Fahrt bei ca. 120 kmh einfach ausgegangen. Da hat irgendwas im Motor, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, das hat einen Knall gemacht. Also Wahnsinn, oder? Also 120 kmh, man ist recht schnell im Motor knallt und man bleibt stehen. Vorne irgendwie, dann hat das ratatatata, dann ist hier eine Lampe angegangen, eine rote Lampe, irgendwas, wie heißt das, diese Öllampe oder wie das heißt. Und ich konnte kein Gas mehr geben, das ging nicht. Das ist kurz vor dieser Abzweigung hier passiert. Nennt man das Abzweigung, wenn eine Straße links und rechts geht, ich weiß gar nicht. Und das Ding ist, hier rechts und links gibt es keinen Standstreifen. Das heißt, man kann sich nirgendwo hinstellen, um das zu fassen. Also das müsst ihr hier sehen, Google Maps, ne? Also wirklich Abzweigung, hier sieht man es. Hier, ja, hier ist kein Standstreifen. Es geht ja raus, hier ist ja eine Ausfahrt, wie man sieht. Und er ist dann geflüchtet hier auf diesem mittleren grünen Streifen. Da ist schon wieder der Gegenverkehr. Das ist halt sicher zu parken und rüber auf die Leitplanke zu springen. Was habe ich gemacht, beziehungsweise was musste ich machen? Ich musste hier langfahren. Ich kam von hier, ich male das mal jetzt gerade für euch hier, zack. Ich kam hier, das Auto wurde immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer, bis ich dann hier ungefähr mit dem GTI zum Stillstand gekommen bin. So, hier. Ich wollte eigentlich... Also schlimmer geht es ja kaum, ne? Also hier mitten, mitten auf der Autobahn, hier ist die Ausfahrt auch noch, stehen geblieben. Blöde und wirklich sehr, sehr heikle Stelle. Das muss man ja ganz klar sagen. Ganz hier nach oben, hier ungefähr hin. Ging aber nicht. Ja, also da wäre ja noch ein bisschen Platz gewesen, aber soweit Motor war aus. Weil erstens war das so ein kleiner Berg, das ging hoch. Und zweitens, ja das Auto, ich habe kein Gas mehr geben können. Der Motor ging dann auch aus. Ich weiß nicht, was da ist. Das wird bestimmt der Gutachter dann feststellen. Und jo, jetzt kommen wir zum Problem. Das Problem ist, die Autos, die von links und rechts kommen, fahren teilweise über 70 kmh, obwohl hier 70 erlaubt sind. Die fahren manchmal sogar mit über 100 kmh da entlang. Klar, dass man schon mal schneller fährt, gibt es. Aber man sieht, nur 70 erlaubt. Okay, dann war es wahrscheinlich krass. Ja, ich habe so eine Panik bekommen. Ihr kennt das ja bestimmt von diversen YouTube-Videos, wo Leute in Amerika oder auch hier in Deutschland eine Panne haben und auf der Standspur stehen und dann ein Auto da reinkracht mit voller Wucht. Und genau das war direkt in meinem Kopf. Ich habe nur noch gesehen, scheiße, Bro, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Also klar, das kann ich mir schon vorstellen. Man steht im Auto, sieht sozusagen, sagen wir mal, das wäre eine vergleichbare Situation hier, diesen grünen Streifen. Da denkt man ja nur, wie rettet ich. Ich habe nur noch die Autos an mir vorbeizischen gesehen. Zack, 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 zack. Es waren sehr, sehr viele Autos. Es war, wie viel Uhr war das? Zwölf Uhr oder so. Da war sehr viel Verkehr. In meinem Kopf war nur, das kracht gleich. Die Autos haben auch angefangen zu hupen, sind teilweise ausgewischen, weil mein Auto halt rechts und links ein bisschen rausgeguckt hat. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe gedacht, ich sterbe in diesem Moment. Wenn jetzt jemand reinkracht, sterbe ich. Also ich bin tot. Und derjenige, der in mich reinkracht, scheiße, Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. In meinem Kopf war dann auch, dass ich ganz schnell Warndreieck und Warnweste raushole. Aber das könnt ihr vergessen, Leute. Da sind so viele Autos an mir vorbeiziehen. Das ist noch wichtig gleich für die rechtliche Beurteilung. Er hatte vor noch, Warndreieck rauszuholen. Aber er sagte, das könnt ihr vergessen. Da war so viel los, dass es für mich selbst lebensgefährlich wäre. Also da merkt euch das einfach. Da kommen wir gleich in der Wertung noch drauf zu sprechen. Muss ich mich selbst in Lebensgefahr bringen, in so einer Situation, um vielleicht andere zu warnen? Ich hatte die Zeit gar nicht. Da passiert noch was. Und ich habe die ganze Zeit nur geguckt, wann ein bisschen frei ist, dass ich rüberjumpen kann. Und zwar, jetzt zeichne ich mal mich. Und zwar, ich bin dann, nachdem ich gesehen habe, dass keine Autos mehr kommen, da war so eine kleine Lücke, sage ich mal. Ich hatte ein bisschen Zeit, bis die nächsten Autos dann am Gras kommen. Ich bin aus dem Auto gestiegen, Leute, und habe mich hier hinter die Leitplanke gestellt. Ist ja auch klar, dass er das links gemacht hat und nicht rechts. Links ist die Fahrradtür. Die Fahrtrichtung war nach vorne oder nach oben jetzt gesehen quasi. Und da ist er quasi rausgejumped. Nächstmöglichkeit. Hier hin. In Panik. Da stand ich jetzt. Das ging so schnell. Die Lücke, wo keine Autos vorbeigezischt sind, war so kurz. Unmittelbar, nachdem ich über die Leitplanke gejumped bin, kamen wieder Autos. Pam, pam, pam. Eskalation, Eskalation. In der Sekunde habe ich nur auf mein Auto geschaut und mir schon gedacht, Alter, da wird gleich jemand reinkrachen. Und ich kann das nicht verhindern. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist, Leute. Die Frage ist natürlich, hätte man jetzt auf dem, das wird auch noch wichtig sein, auf dem grünen Streifen irgendwie entgegenlaufen können, Hände winken, beantworten. Im Moment habe ich dann direkt die Polizei angerufen. Ich kann mal gucken, wie viel Uhr das war. 11.52 Uhr habe ich den Notruf angerufen. Also ist der Unfall kurz danach passiert. Ja, ja, ja. Also folgend. Fährst du erst die Polizei angerufen, dann kam der Unfall. Notruf angerufen und habe die Situation geschildert. Die meinten zu mir, ob ich das Auto gesichert habe. Aber das ging nicht. Das war unmöglich. Und ja, ich habe so mit der Polizistin circa eine Minute telefoniert, ihr erklärt, wo das alles passiert ist und habe dann aufgelegt. Und dann ist es passiert, Junge. Dann ist passiert. Dann ist ein A1 komplett mit 70 kmh gegen den GTI gebrettert. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, Alter, ich weiß nicht. Ja, das war so krank. Ja, also man muss sich vorstellen, da steht einer und er konnte das Auto nicht mehr wegsetzen. Siegkraft da rein, junge Frau mit voller Wucht. Und die junge Dame, die kam von hier angerast. So. Und ist hier dagegen. Links hinten rein. Mein Auto hat sich nach rechts gedreht. Hier lang quasi. Also das ist jetzt nicht ins Gebüsch gelandet, hier in die Bäume, aber es hat sich halt nach rechts gedreht. Und ihr Auto wurde hier nach vorne geschleudert und ist ungefähr hier zum Stillstand gekommen. Klar, bei der Wucht des Aufpralls bleibt nichts mehr an seinem Platz. Und ich habe das alles gesehen. Ich habe das alles gesehen. Und dann ging alles ganz, ganz schnell. Ersthelfer sind ausgestiegen, sind zur Frau gelaufen. Ich stand erst mal unter Schock. Habe erst mal nur geguckt, weil ich das nicht glauben konnte, was da gerade passiert ist. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist kein Film. Das ist einfach echt passiert. Ich stand da erst mal, habe erst mal geguckt. Dann kam einer zu mir, hat gemeint, ist da jemand noch im Fahrzeug? Da meinte der GTI. Dann habe ich zu ihm gesagt, nein, das ist mein Auto. Ich habe gerade einen Motorschaden oder sowas. Ich habe mich hier gerettet und ich habe ihm das halt alles erklärt, wie es passiert ist. Und dann bin ich auch zu ihr hin und Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, ist dieser Frau nichts passiert. Außer eine Prellung, glaube ich, hier am Kopf hat sie eine kleine Prellung. Hier einen blauen Fleck irgendwo am Knie. Irgendwas am Finger ist noch passiert. Aber so wie das aussah, so wie der Unfall aussah, habe ich gedacht, das war es mit ihr. Vielleicht kann ich nochmal hier an der Stelle das Bild von ihrem Fahrzeug... Also da, sie ist da volle Leute vorgeknallt. Einblenden, dann nochmal was vom GTI vielleicht. Ich weiß, ich habe glaube ich drei Bilder gemacht danach. Ich habe so einen... Ja, und der ist ja auch vollkommen Matsche, ne? Glück. Ich habe ein Glück gehabt. Wahnsinn. Sie hat ein Glück gehabt. Da hatte sie jeden Glück. Da war auch eine Ersthelfer, der hat gemeint, ihr beide könnt heute euren zweiten Geburtstag feiern. Die ist mit so einer Wucht, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe genau hingeguckt. Mit so einer Wucht ist sie da reingebrettert. Und jetzt kommt's. Das ganz komische ist, nachdem die Polizei dann da war, die hat uns... Die hat dann... Aber was dann sehr, sehr komisch war, die Polizei hat dann ihr, wie sagt man, eine Ordnungswidrigkeit erteilt, erstellt, wie nennt man das, von 35 Euro und einem Punkt. Ich habe dann den Polizisten gefragt, was das soll. So, also, sie konnte ja eigentlich nichts dafür, weil das Auto stand in der Mitte von der Fahrbahn, also nicht ganz in der Mitte, aber ihr habt ja gesehen, wo es stand. Und das Auto hat auch ein bisschen herausgeragt. Die Autos davor mussten auch ein bisschen ausweichen. Ja, aber trotzdem ist sie erst mal schuld, weil sie mir hinten reingefahren ist. Ja, und das war die Situation, weswegen Chabo und die anderen mich gebeten haben, hey, schau dir das doch mal an und bewerte, ob das richtig sein kann. Er hat so ein bisschen ja auch das Gefühl für sich, ja gut, ich bin ja stehen geblieben. Ich bin derjenige, der irgendwie diesen Unfall ja verursacht hat, aber alleine hat den ja auch nicht verursacht. Da ist ja jemand anders reingerast. Also, komplett abschließend behandeln kann ich es hier natürlich nicht, das ist ja klar. Ich weiß ja nicht ganz genau, wie die Situation vor Ort war, wie die Sicht war, aber man kann schon Grundsätzliches sagen. Es ist tatsächlich so, dass man den konkreten Hergang zunächst mal ermittelt. Wenn der aber nicht ermittelt werden kann vom Gericht, dann werden von Erfahrungssätzen her, die es gibt, Rückschlüsse auf den Ablauf gezogen. Das heißt, hier hat es die Polizei hergekommen, konnte jetzt erst einmal den Sachverhalt nicht ermitteln und hat erst mal den Erfahrungssatz angenommen. Wir sprechen von einem sogenannten Anscheinsbeweis, der Auffahrende hat Schuld und dann musste der Auffahrende, hier die Frau, 35 Euro und einen Punkt in Flensburg erst mal kassieren. Das ist der typische Anscheinsbeweis, wie wir ihn kennen, wenn man den Sachverhalt nicht aufklären kann. Aber es kann deutlich auch so sein, dass der Beschuldigte, hier die Frau, belegen kann, dass es eine ungewöhnliche Situation war und in so einer ungewöhnlichen Situation ist der Anscheinsbeweis eben unzulässig. Vermutlich wird die Frau sich jetzt erst mal einen Anwalt nehmen und ihrerseits Schadensersatz von Schabo fordern. Dieser Schadensersatz, der richtet sich dann nach der Straßenverkehrsordnung, das zeige ich euch auch. Paragraph 7 der Straßenverkehrsordnung wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet, der Körper oder Gesundheit des Menschen verletzt, seine Sache beschädigt, so ist der Helfer verpflichtet, den Verletzenden daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Also kann man natürlich jetzt die Frage stellen, Paragraph 7 ist so das Musterbeispiel der sogenannten Gefährdungshaftung, der Prototyp des Gefährdungshaftungstatbestands, hier geht man davon aus, Autofahren ist per se gefährlich und deswegen soll der Geschädigte vom Halter Schadensersatz erhalten, wenn er beim Betrieb eines Autos Schaden an bestimmten Rechtsgütern, also Leben, Gesundheit oder eben dem Eigentum genommen hat. Unzweifelhaft ist das natürlich hier geschehen, so wird Sisi jetzt sich an Schabot wenden. Früher war es so, dass Schabot sagen konnte, naja, aber es war ja ein unabwendbares Ereignis, was soll ich machen? Das war die alte Fassung von Paragraph 7, Absatz 2, Straßenverkehrsordnung, er konnte sich rausreden, dass es ein unabwendbares Ereignis für ihn war, da wäre er vielleicht noch mit rausgekommen, wir gucken jetzt in Absatz 7 rein, da steht jetzt Absatz 2, nicht mehr unabwendbares Ereignis, sondern was anderes, da steht jetzt neuerdings drin, die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wurde. Das ist jetzt die große Frage, ist das höhere Gewalt gewesen hier bei Chabot, dann wäre er gar nicht schuld an diesem Unfall. Höhere Gewalt, das hat drei Voraussetzungen, die muss man an dieser Stelle kennen, das ist, wenn der Unfall auf einem Betriebsfremden von außen durch elementare Naturkräfte oder durch Handlungen dritter Personen herbeigefügtes Ereignis beruht, das nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar war und mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch äußerste Sorgfalt nicht zu verhüten oder unschädlich gemacht werden konnte und auch nicht wegen seiner Häufigkeit in Kauf zu nehmen ist. Naja, klar, so ein Auto bleibt schon relativ selten liegen, kann man jetzt aber nicht sagen, muss man halt in Kauf nehmen, sondern man muss ein Auto durchchecken, zum TÜV bringen, muss gucken, ob es irgendwelche Anzeichen dafür gibt, dass es einen Motorschaden gibt. Das wird man jetzt hier in diesem Falle überprüfen. Es wird schwer werden für Chabot, sich auf höhere Gewalt berufen zu können. Das ist wirklich ein ganz großer Ausnahmetatbestand, zu sagen, ja, war ja höhere Gewalt. Ansonsten haftet man schon, weil man eine Gefahr durch das Auto gesetzt hat. Die Frau müsste allerdings auch Klage einreichen, da besteht dann immer ein Anspruch gegen die Versicherung oder gegen den Halter und den Fahrer, wenn der nicht identisch ist mit dem Halter. Und dann wird nach Paragraf 17 des Straßenverkehrsgesetzes geklärt werden, wer welchen Schaden verursacht hat. In Absatz 2 steht drin, wenn der Schaden einem der beteiligten Fahrzeughalter entstanden ist, gilt Absatz 2 auch für die Haftung der Fahrzeughalter untereinander. Das heißt, da geht es darum, dass man schaut, wer hat welchen Anteil hier, wer hat den Unfall am meisten verursacht. Dann würde man dann schauen, die Frau würde wahrscheinlich sich auf Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung berufen. Das sind die Grundregeln im Straßenverkehr. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und Rücksichtnahme. Wer teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Das wird sich Schabo wieder vorwerfen und wird ihm sagen, naja, du hast hier mit einem kaputten Auto meinen Unfall verursacht. Wenn da dein Auto nicht gestanden hätte, wäre ich dir auch nicht reingerast. Das wird sie möglicherweise, die Anwalt wird das versuchen, wird sagen, sag mal, war da vielleicht die Öllampe an, war irgendwie zu sehen, dass da ein Motorschaden war, hat Schabo das überhaupt nicht gecheckt, war das Auto vorher fahrtüchtig, hätte er das wissen und verhindern können, dass sein Auto auf der Autobahn ausgeht. Das wird ein Gutachter prüfen, denn ein Auto ist natürlich per se erstmal eine Gefahrenquelle und diese Betriebsgefahr würde hier insgesamt angeführt werden, dass man alleine, weil man ein Auto hat, man schon eine Mitschuld haben kann. Dann wiederum ist Schabo am Zug. Er wird sich dann sicher versuchen, auf höhere Gewalt zu stützen. Er wird sagen, ich habe alles unternommen, um das hier zu verhindern. Das ging wirklich nicht zu verhindern. Und dann wird er sagen, die Frau hat gegen Paragraf 1 Straßenverkehrsordnung, also genau diese Grundregeln, die ich euch hier gerade gezeigt habe, verstoßen, denn sie hat sein Fahrzeug, sie ist ja reingefahren, sie hat nicht genügend aufgepasst. Da wird man dann wiederum schauen, wie waren die Lichtverhältnisse damals, war das eine gerade Strecke, das wird alles eine einschneidende Rolle hier spielen. Und ein Gutachter, der wird das Ganze im Verfahren klären müssen. Meine Einschätzung hier ist, es wird beide treffen. Ich glaube nämlich, dass nach Sichtung des Videos und der aktuellen Faktenlage zu vermuten ist, dass die Frau am Ende roundabout 75% der Kosten tragen muss und Schabo 25%. Er hatte natürlich das Auto dort stehen, aber wahrscheinlich nach der jetzigen Faktenlage war das für ihn auch nicht vermeidbar in dieser Situation. So geben das jedenfalls die Kartenausschnitte her und wenn ich mir die Kartenausschnitte, die er vorhin gezeigt hat, nochmal genauer angucke, hatte die Frau auch noch Zeit zu reagieren. Vielleicht war sie auch zu schnell und dann liegt das Mitverschulden eben mehr auf ihrer Seite. Also das jetzt von außen, ihr habt mich gebeten, dass ich das mal einschätze, meine Sichtweise der Dinge. Falls euch die Einschätzung gefallen hat oder auch nicht, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr auch mehr über solche Alltagsthemen haben wollt, lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Ich danke und seinem Team jedenfalls, dass sie mir den Hinweis gegeben haben auf das Video. Bin auch froh, dass hier alle mit einem blauen Auge davon gekommen sind und sich keiner ernsthaft verletzt hat. Aber man sieht eben, Straßenverkehr kann tatsächlich lebensgefährlich sein. Also Leute, fahrt vorsichtig, seid auf der Hut, ihr seht, was alles passieren kann. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dranbleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr heute meine Zuschauer wart. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Tschüss und bis dahin.